Ich habe sehr viele peinliche und schlechte Bücher im Bücherregal stehen. Da steht auch zum Beispiel Fifty Shades of Grey einfach schamlos drin und ich finde es okay. Die Gehälter und Honorare verzehnfachen. Getaz ist die Zeitung, wo ich angefangen habe und wo ich auch immer noch sehr gerne bin. Getaz ist die Zeitung, wo ich angefangen habe und wo ich auch immer noch sehr gerne bin.